ähm, hallo und herzlich willkommen zu ähm Bro, warum das fängt übelst an zu lagen hm, na egal ähm, herzlich willkommen zu Let's Play, ähm, Let's Play Together Methin 2, oder besser gesagt Fantasy Was ist das? Was ist was? Diese Musik Was für Musik Was für Musik Achso, hast du den Sound-In geöffnet? Hä? So, wie es aussieht Nein Kann mein, äh, PC Mein Fernseher, glaube ich Also jetzt, ist es aus? Nein Nein Hallo Ich weiß nicht, wie es aussieht Ähm, hallo und herzlich willkommen Ja genau, ähm, ja, hallo herzlich willkommen zu Let's Play, ähm, Fantasy, ähm, Metin 2 Fantasy Ähm, ja, wir haben schon gerade hier eben angefangen, aber da hat uns Kesha gestört Ja, oder besser gesagt ein Lied von, ja, weil wir da aus Versehen das Radio angemacht haben, egal Ich bin Chipbox und Tanzt du da rum? Haha Na, zoomen wir mal an deinen Charakter hin Ja, ich muss das jetzt ein bisschen verbessern Ach nochmal, ähm, ja, so, als haben wir deinen Charakter wie ihr tanzt Ja, gut. Er ist Chipox, äh, ich bin Julian und im Game heiße ich, äh, Session, ähm, und wir, let's playen, together, äh, Meti in 2 Fantasy. Und dann legen wir mit dem Level los. Ähm, ich tue mal geschwind an, diese Umhänge tue ich mal geschwind auf ne Taste legen. Jo, und, äh, zum Leveln gehen wir ja mal ein bisschen weiter nach hinten. Sobald der Herr Chipox fertig ist. Wer denn? La 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 la. Ja klar, mal gucken, wer schon ist. So, und hier ziehen wir einfach mal einen Umhang. Toll, da kommen alle Hündchen zu uns. Und da einfach draufklicken. Wir wollen alle Streicheleinheiten, aber wir können sie nicht alle gleichzeitig streicheln. Ähm, wie ihr es seht, geht es mit dem Leveln ein bisschen schneller als auf dem normalen. Server. Ganz kleines bisschen. Ja, ein bisschen, aber nicht wirklich arg. Ähm, das liegt daran, dass das ein P-Server ist. So, man muss das ganze Geld auch sammeln. Aber man muss dazu sagen, es ist ein, es ist nicht, äh, zu über P-Server, wo jeder alles haben kann, nee. Da muss man sich sein Zeug hart verdienen, bla bla bla. Ähm, mit dem Leveln ist zwar schon als leichter, aber die Raids sind auch als nur auf 100. Und jetzt sind sie halt gerade auf 500. Ja. Ähm, jetzt leveln wir hier noch ein bisschen und später, wenn wir da ein paar Level höher sind, machen wir auch, äh, PvP, ETC, bla bla bla. Keine Ahnung. Äh, Punkt, Komma Strich. Ja. Gut, ich skill jetzt mal ein bisschen. Hey, wo bist du hingelaufen? Ich bin nirgends hingelaufen. Hä? Das hat mich gekickt. Das erste Mal seit 10 Jahren, dass ich gekickt wurde. Du wurdest so flohnen, äh, vorhin, in Flosensia gekickt. Ja. Ich hab irgendein Programm an, wo es mein Computer nicht mag. Ah, ich war nicht, ich hab von unten angegriffen. Ich kann nicht dran. Ach nein, äh, ich muss mich verbessern. Äh, das sind nur 200%. Nicht 500. Du hast von irgendwas von Ratings gespafelt, oder? Ja, ja, äh, das sind jetzt nur 200, ich hab grad geguckt. Deswegen war ich off. Oh, gut, ähm. Ich kann mir ne neue Rüstung anlegen. Ja, ich auch, zufällig. Die Rüstung sieht ja gar nicht schlecht aus. So. Na, das war's erst mal anlegen. Dann skille ich mal bei den Statuspunkten. Alles auf Angriff erst mal. Du hast gesagt, ähm, Vitalität muss, ähm, 10 über, ähm, Int sein, gell? Ja, also so kannst du's machen. Also 10 unter Int. Ja, genau. Gut, 26, 36, passt. Dann skille ich hier jetzt nochmal auf diesen geilen Drachen, der mir so gut gefällt. Ach, den Drachen, meinst du? Ja, genau, den Drachen. Ah, ich kann aber nicht, ich kann ihn grad nicht skillen, äh, ich kann ihn grad nicht losschicken. Boah, hier gibt's ja, äh, ich hasse diese Zeiten, wo du warten musst, bis dann skillfertig ist. Okay. Ähm, gut. Ja. Eine Mobgruppe noch, danach müssen wir zu nem anderen Platz, weil die werden langsam zu low. Ah, Mann, warum schlagen sie mich? Das dürfen sie doch nicht. Tja, die waren halt nicht lieg, die Hündchen, die kommen eigentlich alle ins Tierheim. Vor allem, was macht bei diesen kleinen Schoßhündchen Wildschwein? Also, ähm, jetzt gehen wir mal zu nem anderen Platz, bevor du wieder poolst. La, 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 lauf mal hier, wenn es möglich runter. Ah, halt, schneller. Äh, ich stolper gleich über den Stein. Ähm, ähm. Ähm, 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 äh. La, 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 la. Ähm, ähm, ähm. Alter, warum bist du jetzt auf einmal so schnell? Weiß nicht. Ah, da ist ein Pferd. Ah, nochmal eins. So, Herr Ciela. Oh. Gut. Hier runter. Was ist das, ein Pferd? Ja, du hast auch eins. Echt? In deinem Elemental ist das so ein Pferdebild, da musst du ein paar Mal draufklicken. Außer da steht, äh, nicht genug MP, da musst du nen Blauen dran nehmen. So, hast du es heute noch? Boah, da steht, sieht man, hat es nicht funktioniert. Egal, komm, dann laufe ich halt. So wie du. Ich hoffe, ich habe schon das versucht, bis da was klappt. Ah, sie sind Bären. Ja. Darf ich meine Attacke rein sporen? Kein Schirm. Ui, bah. Ah, die leben ja noch. Ist ja unartig von denen. Ähm, was man vielleicht noch erwähnen sollte.